die hände sind in den hosen taschen das scheint noch etwas kalt zu sein was sehe ich hier ein pullover mit einem etwas veränderten verändertem bösen tier drauf gut ich weiß also meine tochter hat mir verboten solche pullover für die kinder zu stricken aber wenn er es trägt naja und dann dann hat er glaube ich also der der das gestrickt hat und ihm angezogen hat so viel schneewittchen und die sieben zwerge gesehen ich weiß nicht welcher man sich diese mütze aufsetzen wird es ist eine gute idee keineswegs aber ja oder der hat den otto film mit den zwergen gesehen ich weiß es nicht irgendwo hat er seine inspirationen ja her